und damit hallo und herzlich willkommen meine liebe Retrofreunde hier bei euren Retros hier zurück zu Donkey Kong Country Returns zu unserer wahrscheinlich letzten Aufnahmesession hier wir befinden uns hier noch voll im Vulkan drinnen in den letzten paar Welten die uns hier noch erwarten aber damit erstmal Hallo von meiner Seite und natürlich Hallo an die Retro Susi Hallo ja gute Begrüßung ja auf jeden Fall es erwarten uns noch wahrscheinlich fünf Level drei normale 1k Level ein Endgegner und die Spezialwelt aber wir starten mit Level 8 5 steiniges auf und ab steiniges auf das hört sich nicht gut an wir haben uns schon mal versorgt mit 50 Leben ich hoffe die reichen für die letzten Level aus ich hoffe wir bleiben heute mal verschont von irgendwelchen Lecks und sonst was so gucken wir mal ok ok das geht auch deswegen auf und ab weil die jetzt immer runter geht wird schon mal diesen ist das schon mal klar und das geht in Lava auch ja da muss man aufpassen ich glaube die so komisch rot wirklich leuchten die gehen immer in der Lava rein da musst du auch passen müssen wir uns beeilen genau da sind wir sicher auf diese normalen Robo kann ein bisschen da ist was auf der Zieldruck springt auf der Zieldruck springt ja 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 ich versuch's auch wo denn du versuchst es ja soll ich's lieber machen na komm mal her du süß ich versuch's nur also kriegt's nicht hin also muss ich machen da na geht doch so siehst du mit Skill kriegt man das auch so hin so komm doch eigentlich raus ah denn oder denn jo und Schiff ich komm jetzt nicht äh wa ich komm jetzt nicht nein würd du in meinem Fass kommen oder äh geht das auch unter ich komm jetzt nicht das steigt okay 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 ich muss mich beeilen ich muss mich beeilen äh da ist noch was da ist noch was oder da oben da boah wenn das bin ich jetzt hier ein oh 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 das ist ein Lava ne äh warte geh hoch geh hoch oh warte ah ein Leben wollte sagen boah noch nicht mal Spire Punkt war ne boah ah klasse gibt's überhaupt Spire Punkt ja ja das wär ja hü zum Pferd vielleicht müsstest du mal länger leben weil immerhin kannst du fliegen Mann ja lass dir Ruhe das sagt immer immer Mann ja ist hier Liebespruch ja Mann einfach hier brauchst du doch ja nicht schnell machen ah ah jetzt so jetzt so jetzt so jetzt so jetzt so aber kein Wundermann ich bin verwirrt bei der Dicke neben mir springt bei was bei der Dicke neben mir springt bei der Dicke neben mir springt bei ich oder was ja du so also Vorsicht 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 ja das ist oft blöd ja Mann leck mich am Arsch ey jetzt muss komm her Mann Mann immerhin vor ich jetzt nicht da hoch da jetzt er hin also Puzzle habe ich da oben jetzt nicht gesehen Warte ich warte mal kurz ne Vorsicht Warte mann du kannst liegen macht ihr mal platz und knappen die hände das mittelpunkt ja du musst mal aufpassen immerhin käme zu ihr leben geschenkt ich höre ja du die seite wie gesagt bonus leute das kommen oder oder geht das so in lava und das hier ist doch wir kommen kurz vor zeit wir müssen weiter hier stehen bei mir auf denen man ja jetzt die scheiße wieder warte bleib kurz stehen genau geht du da nee ich gehe unten lang ja du aufschlauch warte warte nein ja wie willst du hey was ist das kommen wir von der anderen seite um geht da hin müssen wir zurück warte warte versuch du das aber du kannst du meinen kurz springen fliegen oder sterben kannst du natürlich auch ein ganz kurzes springen und fliegen immer im rotter und hab aber was ist mit diesem windrad muss ich da irgendwas machen mann ey flieg rüber flieg doch ey ja du kommst auch nicht du hättest doch einfach halt die klappe du hättest doch einfach heulen müssen ja ja wenn du danach in lava fällst ist ja ja auch so dass das enden oh was ist mit diesem windrad denn warte mal gleich rüber genau sammeln wir mal ein sammeln wir mal ein ja genau ich hoffe da war jetzt nicht noch irgendwas ich gehe ich gehe ich gehe ne war nisch mehr gut aber was ist das da sieht doch so komisch aus aber da kannst du ja nisch machen sicher dann fast ich habe es ja nicht oder er geht mich da aus und sagt muss denn ich springe hallo ich muss vielleicht hoch du mich hoch ja du besterben musst du ja du besterben musst du verlenk mich aus genau es war schön dass wir leben gekauft haben na du stirbst doch nur man du kann das nicht schwein brauchen wir nicht nochmal oh wer stirbt nur vor allem musst du jetzt nochmal das end holen weil wir ja Sturmsinn kann man die scheißdinge auch nicht auspusten man ne scheiße du musst gleich weiter du darfst ja nicht stehen bleiben oder flieg einfach rüber hohohoho gut Benna lang nicht so schnell oder einfach laufen als wenn sie zur Mitte kommen komm bitte nicht oh warte los los alter nein das ist nicht ihr fucking fucking ernst vom Ziel Mann das hat mich verwirrt wenn du gestorben bist ich musste das gehe holen Mann und nochmal das end yo ich bin auch schlecht heute ey meine Fresse ey wie der letzte Horst wie der letzte Horst was würd's denn da machen zu zweit seht's ehrlich nicht jetzt Mann hä ich hol das was ach scheiße nein hä schlepp da warum drückt mich das denn auf ich hör das gehen du oh noch gar keiner halt ach Gott das fucking will die schlechteste Session ever bisher meinst du dann mit Milch stoppst du genauso ich meine allgemein Mensch ich bin nicht selber schlecht Mann vor allem ist das schon das fucking Ziel und fällt schon über zwei Puzzleteile das rächt mich schon auf Mann ey du scheiß voll auf scheiße oh ich heule jetzt schon bei 200% ey ja wenn man denn mal so weit komme ich heute in das gehen du jetzt ins Ziel blöd fliech rüber Mann ich hab's versucht ey versuch reicht nicht wenn wir mit dem Scheiß vorbei sind ja ja mecker 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 zicke ey ich sterb auch nur was ist denn das los ist hier los ey jetzt so ja jetzt hab dich das erwischt warte warte jetzt versuch zwei ich muss zwei Herzen behalten 20 Leben schon verbraucht ey ja danke wer heute denn jetzt ist G wenn du mir nicht kommen lässt Warte passiert nicht über das G du gehst ins Ziel ja du gehst ins Ziel Mensch Entschuldigung was was wusstest du denn Mensch Mann ich husten aber irgendwie wie mach ja erste Welt schon 20 Leben locker verbraucht ey was war mit dem du musst du machen ach so der ab der Vogel nehmen ja das haben wir schon naja dort sind erfahrbar mit den zwei vergessen bitteschön äh 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 du 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 ab jetzt jetzt muss doch passen kann ich die nicht aus der scheiße geh einfach gg 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 weiter stoppen auch gott stoppen auch gott stoppen auch gott stoppen jetzt muss doch passen ob er sein gut und welche hochfliegen worte worte aber doch langsam und noch nicht worte erst ab worte und jetzt vorsicht nicht zu weit nicht zu weit los vorsicht jetzt runter und den dran ich wusste es war ja weil es so pröckel ich etwa schaffen man heilige maria mehr du scherzling so noch ziel ja wir haben erledigt ja wie breggt ihr ein ach man ne was ist denn mal los ach so ich bin dran was denn jetzt lehmkuchen ja ach man ey ich hoffe wir brauchen jetzt nicht für jedes level 20 30 lehmel so fünf ne acht sechs schmelztiegelhöhle 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 das schmelztiegel steigt ja ach so was das schmelztiegel steigt ach man ey das hat doch mal richtig Horror hier die letzten Welten bleib weg ja das klasse das musst du doch mit Sicherheit mitnehmen oder das sieht so ja nimm das mal mit ich weiß es nicht da ja ich hab sie wusste es passt oh gut gut klapp klapp ich hoffe es kommt doch mal ein DK Fass was was auf das ach weil das sinkt immer jetzt sinkt Slay oder ach du scheiße man oder du äh jetzt auch doch das verpasst wir eh was große Teile haben wir eh welche verpasst glaube ich anscheinend gibt es hier wirklich den Käfer so oh was doch da endlich ich glaube Puzzleteile haben wir auf jeden Fall schon verpasst äh genau oh 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 ja Vorsicht warte gut und dann äh ja warte 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 ich hole dich gut und es war zu früh oder huh äh äh wohin also warte ich höre das da unten und das da bist du ein rad oder musste entgegenlaufen aber wer soll das denn wissen was das ist der busse teil davon und noch dieses rad und busse teil äh so ganz ehrlich was mach ich wohl auch 3,5,5,1 haben wir vorhin schon verpasst. Wenn jetzt nur eins fällt, dann brauchen wir einen Vogel nicht, dann weiß ich wo. Machst du oder ich? Oh! Da drüben, da drüben, holst du es? Gut. Du hast es aber, ja. Komm her. Doppeln Puzzle brauchen wir auf jeden Fall nicht. Ein Adler, ein Vogel, Mann. Kann wir hier drüben? Ja, gut. Die Klappe. Ah! Pass auf! Oh, scheiße! Oh, oh. Oh! Ich bin jetzt noch rausgekommen, ey. Wohin? Achso. Hier rin! Hier rin! Hier rin! Hier rin, du Adler! Ja, 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 ja. Ah! Ja, ja, ja! Ich hab zu lachen, ey! Oh, mein Bauch! Oh, Mann, nein! Ey, du verwetztest du ein Schneeklöckchen bis Osterglocke! Oh, Mann! Oh, Mann! Ey, willst du nicht ein Adler nehmen? Nein! Ah, ah, ah! Hattest du das? Ich weiß noch, was es ist, Mensch! Oh, noch ein! Na ja, ich weiß noch, was es ist. Hier! Oh, Mann! Ja, du kommst doch nicht, ruhig! Jetzt so, jetzt kommt das Puzzleteil! Du darfst nicht zu früh abspringen! Du... Es kommt da jetzt am Ende, oder? Da! Ma! Oh! Ah! Oh! Ah! Mann, die sollte ich da ausweichen! Die werden noch abkommt, die fallen jetzt, ey! Oh, die sind noch gerettet! Naja, der Adler hat es geschafft! Ah, ah, ah! Hey! Ah! 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 Ah!